Shot clock at 7. James, 2 Defenders on him, to Colbo Pope inside, he's tied up by Green, throws the back up top, James puts up the 3. Oh, it's gone! LeBron James from downtown! Mit Bestrafung. Erste Challenge ist Latten treffen, zweite Challenge ist im Tor treffen, also mit Torwart natürlich dann dreimal. Und die dritte Challenge ist Latten treffen, er hat dann eine Flasche und wir dann treffen auf entspannt und Bestrafung ist dann Arschbolzer. Genau, so sieht's aus. Ich hab Bock, ich hoffe ihr habt auch Bock, holt euch was zum trinken, genießt das Video. Und ich würd sagen, Sonne bedeckt gerade, genau, Sonne bedeckt den Schatten, Schatten bedeckt gerade die Sonne und ich würd sagen... Egal, rede, was? Wir starten! Let's go! So, dann geht's jetzt los, Leute, mit dem Latten schießen. Let's go! Wie gesagt, wieder nicht im Hintergrund achten, das sind Leute, die Fußball spielen, ist klar. Let's go! Und nochmal Leute, ich bin nicht im Fußball, ich kann eigentlich auch kein Fußball spielen. Lattenpfleger suchen. Sollen wir fünf Versuche machen? Ja, fünf geht wie du länger. Fünf Versuche, Jungs. Das ist jetzt das dritte Versuch, also fünf Versuche bei jedem. Ich bin doch am Arsch. Ich bin doch am Arsch. Ich bin ja, das ist einmal langer. Ja! Ja! Malik, was hab ich ganz verschießt, ich nach rechts? Ja, der war... Ach, der hat schon die Runde gewonnen, Gang. So dumm, dass der Fußball-Challenge gegen ihn macht. Der ist ein Fußball, Junge. Was? Ach! Wenn du mir montreibst, will ich eben- Doch, wann sie planen dir! Mann, was ist das? 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 Boah, Mann, was ist das? Mann, was ist das? So, komm, du musst den Hüge einmachen, Hüge einmachen, dann ist, äh, Quetsch, muss er mir schreitzen. Ah! Also er hat jetzt schon eigentlich gewonnen. Hallo, Entschuldigung! Ah, ah, ich hab'n Krampf, Digga. Ja, Karma. Das Ding ist ja jetzt schon eigentlich die Challenge gewonnen, oder machst du alles oder nix? Sonst hast du jetzt schon gewonnen eigentlich. Mal schauen. Jetzt, du musst jetzt sagen. Nein. Doch. Wir machen jetzt einfach die dritte Runde. Nein, sag alles oder nix, sonst, Digga, es macht keinen Sinn. Ja, okay, jetzt. Machst du alles oder nix? Ich färg jetzt den Ball. 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 Mach mal. Ich färg jetzt den Ball dafür. Ich färg jetzt zu machen. Also der... Trink' ne Flasche Luft in der S-Bahn. Steilgang mit den Brüdern und den Schwestern. Also der macht alles oder nix. Es war ein Fehler von ihm. War jetzt Flasche. Muss nicht. Digga, soll ich von hier Flasche treffen? Ja. Also er macht alles oder nix. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne und er verliert, hab ich die Runde trotzdem gewonnen. Alles oder nix. Gibt noch Hand vor Kamera. Alles oder nix, gell? Alles oder nix. Ja, von der Schwarzen hier. Du bist behindert. Du bist behindert. Okay, dann von hier. Ah! Das kommt super zu mir, ja. Ich wund. Digga, man hat Schatten gesehen. Nee, oder? Digga, wie wild. So, jetzt sieht man das. Guck mal, dass man es von hier sieht. Ja, Schwarze jetzt, gell? Einbarmfeuer, nein. Sagst du Schwarze? Ja, komm, mach von hier. Sagst du Schwarze? Nein. Also, aber sieht man. Ja, alles gut. Sie hat die mithitzig. Boah, Knackarsch, Alter. Sieht man. Also, sieht man. Ja. Sieht man. Warte mal, dann sehen wir gar nicht, ob du die Flasche triffst. Dann muss weiter schrägst. Nein, 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 nein. Wir nehmen dein Handy und dann schickst du mir das auch über Discord. Wie? Du musst dich recht. Ich bin Profi. Ja. Fünf. Aber schon spiel? Nein. Das Video geht schon zwei Minuten, mein Armer speichern. Mach schnell. Ich muss ganz leicht den Laufenden anstehen. 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 Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass euch die Fußball-Challenge gefallen hat. Es war eigentlich dumm, dass ich die Fußball-Challenge gegen jemanden mache. Der im Fußball-Challenge ist hier gefühlt hier enthalten. Und trainiert und spielt den Tag hier. nochmal für alle, ich spiel keinen Fußball, ich kann auch keinen Fußball an der Stelle, Leute, würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video ich hoffe euch hat das Video auch gefallen gerne Abo, Like dalassen, Video teilen und so willst du noch was sagen? Nein, passt, danke, tschüss Nein, nein Ja, das war mal rein nein, das war mal rein passt, 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 passt